Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei Need for Speed Most Wanted aus dem Jahre 2005 und damit ist es endlich soweit. Also was heißt endlich soweit? Das ist zumindest der letzte Part, den ich heute für Most Wanted aufnehme. Danach geht es für mich weiter mit Gran Turismo. Es ist ein Street GTA, aber für euch geht es ja ganz normal im Let's Play weiter. Nur für mich ist das jetzt der letzte Part für diese Woche. Das heißt ab morgen sollte meine Stimme auch wieder gut mitmachen. Wir hatten soweit alles geschafft, dass wir den guten Webster, den Blacklist-Fahrer Nummer 5 jetzt herausfordern können. Mit dem schicken Lambo von Ming konnten wir die alle gut besiegen, die Rennen leicht gewinnen, die Meilensteine gut machen und vor allem auch das Kopfgeld schnell sammeln. Das heißt wir können uns jetzt schon um den nächsten kümmern, nämlich um den guten Webster, Swagstar Nummer 5 der Blacklist mit einer Corvette. Ich werde nochmal speichern. Seinen Wagen brauche ich zwar nicht unbedingt, aber sicher ist sicher. Und dann würde ich sagen, können wir den eigentlich auch direkt schon herausfordern. Was fahren wir gegen ihn? Oh, drei Rennen, zum ersten Mal drei. Sprint Radarfalle und nochmal ein Sprint. Wir fordern ihn heraus. So wie ich das Spiel kenne, müssen wir natürlich trotzdem alle drei gewinnen. Auch wenn man sagen könnte, zwei von drei würde Sinn machen, aber... Also seine Corvette ist ja gar nicht so schlecht, aber ich muss sagen, mein Lambo ist einfach so viel geiler. Und tschüss! Da lassen wir die Corvette halt mal am Start stehen, würde ich sagen. So macht man das heute da, ey. Gut, ich hab halt auch noch die Kopf... Ah, da war ein Habgitz in dir. Ich dachte gerade, wo fährt der denn hin, aber nee. Der war einfach nur klug. Ähm, das wollte ich jetzt sagen. Wir haben natürlich auch noch die Kopfleistungsteamings drin. Also wir haben noch momentan, wir sind Turbo auf, niedrige Drehzahl und das Nitro auch auf. Ähm, starken Schub eingestellt. Also insofern ist das kein Wunder, dass wir am Anfang so wegziehen. Nur, ja, warum auch immer mir immer alle in die Quere kommen müssen, ne? Der muss die ja noch rüberziehen. Also Webster meint gerade, er könnte da vorne mit sieben Sekunden Abstand wegziehen. Mal schauen, ob wir uns das gefallen lassen. Bin mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass der richtig schwer wird. Weil das jetzt die Nummer fünf ist halt, so die erste Nummer der Top fünf. Und die letzten fünf halt dann so, jetzt sind ja auch drei Rennen statt zwei und so weiter. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine harte Nummer wird. Aber wir schauen mal. Beim ersten, also jetzt, wir sind halt jetzt ein bisschen vorne, aber das heißt ja nix. Das Rennen ist auch kurz. Äh, wir sind schon 50 Prozent gleich. Kann man im Urfall auch zweimal machen. Ah, guck mal, drei Sekunden hab ich schon wieder gut gemacht. Oder sogar vier fast. Ah, wer ist denn da hin? Wer ist denn da kleben geblieben? Ah, ich. Ja, gut, er war auch kleben geblieben. Also, er macht nichts. Wir sind auf jeden Fall wieder nah dran. Was zeigt uns das? Dass man ihn auch gut wieder auffolgen kann. Dass er also so gut nicht sein kann. Auch wenn er da mal vor uns ist oder war. Ich denke, das erste Rennen, der erste Sprint sollte nicht allzu schwer zu gewinnen sein. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann halt beim zweiten Mal. Oder sonst beim dritten Mal. Ich nehm mir aber auch wieder jedes Auto mit heute. Alter! Haaa! Irgendwann reicht's nochmal. Aber da er gerade hier irgendwo hängt, ist das egal. Aber ich treff grad wirklich jedes Auto. Ich hab mir gerade das Ziel gesetzt, hier zu sammeln. Ich darf den Part nur nicht allzu lang machen. Also, meine Platte reicht noch. Die ist da sogar schon zwei Terabyte groß. Aber ich hab halt wieder, wie immer, also am Ende der Woche... Also, ich mach ja immer die Aufnahmen für eine Woche so. Und dann die letzten beiden Parts. Da wird's dann eng mit der Platte. Weil die halt alle so groß sind. 200 Gigabyte oder so. Und dann sind da ja schon einige Parts drauf von heute. Und dann wird's halt am Ende eng. Deswegen, der letzte Part darf dann immer nicht allzu lang sein. Also, macht aber nix. Wenn wir 120 Minuten haben, ist okay. So. Erstes Rennen haben wir gewonnen. Weiter geht's mit Radarfalle. Sollte man auch gewinnen können, Radarfallenrennen. Also, zumindest so aus der Erfahrung raus. Radarfallenrennen verliert man sehr selten. Meistens sind's entweder Sprints, K.O. Rennen oder Rundbossen, die man verliert. Radarfallen und Mautschnellenrennen sowieso schon mal gar nicht. Aber Radarfallen eigentlich auch nicht. Aber eine schwierige Strecke. Viele Kurven. 172 ist nicht viel. Gucken, ob er mehr hinlegen kann. Nein! 148. Das ist schlecht, mein Lieber. Das ist schlecht. Muss ich dir leider mal ganz klar sagen, wie es ist. Mit 148 kannst du hier heute nichts reißen. Nicht gegen mich. Und? 202 an der Kurve. Hast du mehr zu bieten, oder? Ja, nee. Nicht wirklich. Okay. Ja, wenn du so weitermachst, dann hast du das schon verloren, das Rennen hier. Also streng dich mal bitte ein bisschen an, mein Lieber. Wir wollen es doch spannend machen, oder? Webstar, Swagstar. Wir wollen es doch ein wenig spannend machen für die Zuschauer. Also, tu mal so, als würdest du mich fertig machen. Ich meine, wir wissen beide, dass ich dich fertig machen werde, aber unter uns so, ne? Bleibt geil. Hi, warte mal, wir haben ein bisschen aufgeholt. Jetzt sind wir nur 50 hinten. Eben war es über 70. So, der hinten ist natürlich jetzt gemein, weil der genau hinter der Kurve ist. Da musst du genau richtig fahren. So, Dach, 230 ist okay, finde ich. Ja, da haben wir einfach mal 103 Vorsprung. Okay. Damit haben wir jetzt wieder 50 mehr gehabt, als er. Tja, das ist der letzte Part für mich heute in Need for Speed. Für eine Woche. Für eine ganze Woche kein Need for Speed, was wartet denn mehr? Für euch natürlich höchstwahrscheinlich morgen wieder der nächste Part. Aber für mich eine ganze Woche Pause. Spaß hat's gemacht. War wieder eine erfolgreiche Woche. Wir haben viel geschafft. Am Anfang dieser Woche hatte ich noch einen Porsche. Und jetzt fahren wir gerade mit einem dicken Lambo hier durch die Gegend. Und ich frage mich gerade wieder, wo das Spiel mich hier wieder lang los ist. Was ist wieder sonst wo in der Pampa? Wo wieder lauter Bäume sind. Also, das ist doch keine Strecke hier. Ja gut, er verkackt's da auch gerade komplett. Aber was ist das denn hier? Ich meine, warum legt das Spiel einen hier lang? Man kann doch nicht ein Lambo und eine Corvette da durch die Pampa, durch das Moos, durch den Sumpf führen. Wer findet denn sowas? Gezoomt ist das bestimmt nicht. Nein! Oh mein Gott. Ah, das war knapp. Also, da hätte noch viel mehr schief gehen können. Aber ich bin trotzdem fast 150 vor ihm. Also, das ist nochmal gut. Ja, aber da hätte richtig viel schief gehen können gerade. Also, das war gefährlich. Da hab ich mich fast verkalkuliert. Dann wär ich damit 40 oder so durch das Ding gerast. Okay, immerhin. Also, einen haben wir, glaube ich, noch vor uns, ne? 313. So. Das ist doch mal ne Ansage. Selbst wenn er da viel schaffen wird, glaube nicht, dass er da drüber kommt. Ne, wir sind 150 vor ihm. Ich denke, das haben wir gewonnen. Lieber Webster, du musst dich mehr anstellen. Sonst wirst du hier, Leute, kein Grün mehr sehen. Das wird sonst nix für dich. Also, Grün sowieso nicht, weil er mich nicht mehr sehen wird, weil ich so weit vor ihm bin. Also, das haben wir auch gewonnen. Keine Probleme. Schön. Tja, mein Lieber, ein Rennen noch, ein Sprint noch, um der Welt da draußen nochmal zu zeigen, dass du doch was drauf hast. Strecke dich an, mach mich nochmal fertig und dann kannst du danach auch gerne abdanken, tschüss sagen und mir den fünften Platz überlassen. Und dein Auto eigentlich auch. Ich meine, ich brauch's nicht unbedingt, aber ich nehm's trotzdem mit alleine schon, damit du keins mehr hast. Ich finde, die Strafwasser verdient dafür, dass du so schlecht bist. Ja, tschüss, Corvette, sag ich da nur, ne. Mein Lambo lässt da so ein bisschen Reifen qualmen und staubt da für den. Kann ja mal ein bisschen atmen. Es geht dann über die Belüftungsanlage direkt in seinen Innenraum. Und er kann dann mal richtig schön ne Nase nehmen von meinem Reifen qualmen. Mh, lecker. Verqualmt der Lamborghini-Reifen. Bestimmt gesund für die Lunge. Reinstes Gift. So, Serpentin nach Serpentin hier. Das sind scharfe Kurven auf jeden Fall. Sind Serpentin, also Serpentin sind für mich Straßen, die in extremen Schlangenlinien, und so wie die Straßen eben den Berg hochgehen. Aber bezieht sich das Serpentin-mäßige darauf, dass sie an einem Berg sind oder darauf, dass es einfach so steile S-Kurven sind? Das würde mich mal interessieren. Wenn das einer weiß, dann schreibst du mir mal. Also sind das auch Serpentin, die da eben waren, obwohl die einfach gerade sind, aber halt diese Kurvenform haben? Oder sind Serpentin nur Serpentin, wenn sie am Berg sind und diese Form haben? Das wüsste ich ja nochmal. Schreibst du mir mal in die Kommentare. Und ansonsten bin ich jetzt mal gespannt, ob er jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen was zeigt, ob er jetzt beim Sprint mich noch einmal fertig macht, dass ich das wenigstens zweimal machen muss. Es wäre natürlich... Einerseits wäre es gut, dass er nochmal ein bisschen was auch drauf hat, weil wir haben jetzt die beiden ersten Rennen so leicht gewonnen. Andererseits wird es mich bei dem Rennen am ehesten ärgern, weil das so lang ist. Wir sind jetzt gerade mal bei 37%, obwohl wir schon 1 Minute 50 fahren. Aber gut, ich meine, das ist ihm überlassen. Also wenn er meint, er muss nochmal zeigen, was er kann, dann soll er es machen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Er hat seine Chance. Er hatte schon zwei Chancen vorher. Hat er nicht genutzt. Vielleicht möchte er die letzten noch nutzen, aber ansonsten gibt es ein Ticket nach Hause für den Bus. Das bezahle ich ihm sogar. Dafür kann er den Wagen dann stehen lassen, würde ich sagen. Ah, nicht schon wieder hier durch. Ey, wer hatte... Also seitdem wir den... Ich glaube, Nummer 6 war das besiegt haben, fahren wir ständig hier durch diese Waldlandschaft. Ich verstehe das aber nicht. Warum denn? Ne, das ist unnötig. Ich meine, okay, im Endeffekt hat es uns jetzt gerade eigentlich nur einen Vorteil gemacht, weil der ist hängen geblieben. Wir gewinnen das also jetzt ohne Probleme dann. Aber ich meine, das ist doch nicht schön. Das kann man doch mit einem armen Lombard nicht antun. Der weint doch, wenn er hier über den Schotter fahren muss. Ich meine, gut. Für uns war es jetzt kein Problem, weil der ist jetzt so weit hinten. Wobei das Gummiband dann natürlich wahrscheinlich gleich umso stärker durchflitscht. Wir schauen mal. Wenn ja, dann wird sich das in seiner Höchstgeschwindigkeit zeigen. Ne, aber noch ist er 500 Meter hinter uns. Also noch hat er den... Vorsprung nicht aufgeholt, den ich da habe. Den ich dank seines Crashs vor allem habe. Ja, jetzt kommt er angeschossen. So, 70 Prozent. Drei Viertel haben wir gleich. Ein verdammt langes Rennen. Zumindest für Most Wanted. Da sind die Rennen hier eigentlich immer kürzer als das hier. Bei anderen Rennenspielen sind drei, vier Minuten kein Problem. Das ist normal. Aber hier für Most Wanted ist das schon relativ lang, das Rennen. Ich meine, gut, ist halt auch ein Blacklist-Fahrer. Ist das letzte Rennen gegen ihn, wenn wir das gewonnen haben. Haben wir alle drei beim ersten Besuch gewonnen. Und haben Webster, das Swagster. Ziemlich leicht fertig gemacht, muss ich sagen, oder? Ich meine, es macht auch der Wagen viel aus, muss man wahrscheinlich sagen. Also, die Corvette kann natürlich reinsteigen bei so einem Lambo, der von den Leistungswerten fast alles voll hat. Da kann kein Wagen was gegen anrichten, wahrscheinlich. So, 95 Prozent. Es sieht fast aus, als hätte der leider keine Schnitte mehr. Hat uns nicht gezeigt, was er drauf hat. Hat die Chance nicht genutzt. Tja, dann muss er halt die Konsequenzen tragen. Das war's für Webster, das Swagster. Der ist abserviert. So. Also, wir nehmen auf jeden Fall erst einmal mit. Ein Leistungs-Upgrade. Ein einzigartiges Kompressor-Upgrade. Und wir nehmen den linken. Extra Verwarnungsgutschein. Ja, schade, kein Wagen diesmal, aber die Corvette, wenn wir die haben wollten, könnten wir uns die auch kaufen, aber ich brauch den nicht unbedingt. Insofern, kein Problem. Der nächste Gegner ist die Nummer 4. Wieder ein Farbiger. Joe Vega, auch JV, oder wie auch immer man das aussprechen will. Dodge Viper SRT fährt er. Radarfallenrennen sind seine Stärke. Keine Ahnung, wie JV, sag ich jetzt einfach mal. Das macht, Alter. Nachts hängt er in den Clubs ab, und tagsüber ist er auf der Straße. Der Typ hat einen ziemlichen Rufhek. Die Cops hassen ihn und die Eraser eifern ihm nach. Falls du ihn suchst, er fährt eine knallgrüne Dodge Viper. Ja, da können wir uns zusammentun, mein Lieber. Da können wir eine Crew aufmachen, eine Gang. Denn mein Lambo ist ja auch relativ grün. So, bald sind wir in den Top 3, würde ich sagen. Aber erst einmal kommt noch Joe Vega. Und das ist seine giftgrüne Corvette. Äh, seine giftgrüne Viper. Ja, bei einer Viper passt die Farbe natürlich am extremsten. Alleine wegen dem Namen. Oder Viper, muss man dann ja sagen. Na gut, bin ich mal gespannt, ob der was kann. So, und schreibt erst mal Razer. Tja, sehr schön. Nummer 5 auf der Blacklist. Bravo. Aber bleib auf dem Teppich. Du musst doch an meinen Leuten vorbei. Ab jetzt wird es härter für dich. Ja. Viel härter. Da hat er natürlich recht. Jetzt kommen seine Jungs. Das wird er ab. Aber ich denke, mit dem Lambo wird uns erst einmal so schnell keiner aufhalten. Da war ich ja eigentlich schon richtig. Da wollte ich ja hin zum Tuning-Shop. Mal eben gucken, ob es irgendwas Neues gibt. Ich vermute nicht, weil wir haben ja alles drin. Irgendwas drin sein könnte. Ja, also Ultimate sogar, wo wir es schon gar nicht haben können. Also wir haben jetzt hier das Ultimate Getriebe freischaltet. Das haben wir aber ja schon drin. Und sonst. Bremsen. Ultimate, die haben wir aber auch schon drin. Also hier gibt es nichts Neues für uns. Oh, okay. Das ist alles, was man am Blacklist-Fahrer machen wollte, in diesem Part geschafft. War ja erfolgreich. Oder man macht halt noch ein bisschen was. Ja, zum Beispiel sich hier den Blitzer holen. Wir können schon mal schauen, was wir für ihn brauchen. Wir brauchen sieben Rennsiege. Fünf Meilensteine. Und wie viel Kopfgeld? Wir haben 3,3. Wir brauchen vier. Okay. Knapp 700.000 Kopfgeld. Ist machbar. Kann man gut machen. Okay. Bei den Meilensteinen. Mal schauen, was da. Okay. Drei Radarfallen. Wie sonst auch immer. Und bei den Rennen. Vielleicht haben wir einen Jack. Dann fahren wir das kurz. Das schaffen wir noch. Nö. Jack-Rennen vermisst man immer ohne Ende. Ich meine, das ist der geilste Spielmodus. Und davon haben sie leider so wenig eingebaut. Das ist echt schade. Bei Underground 1. Mein Lieblingsmodus auf jeden Fall. Das ist echt ärgerlich, dass davon so wenig dabei ist. Aber gut. Was will man machen? Dann will ich sagen, beim nächsten Mal geht es weiter. Nächste Woche. Ich bin auch froh, wenn wir den Part jetzt noch ein bisschen früher beenden können. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Morgen geht es dann wieder mit normaler Länge weiter. Also um die 20 Minuten. Ich muss jetzt einfach meine Stimme schon. Und deswegen würde ich sagen, bis morgen. Und für mich bis nächste Woche. Euer Wale. Ich bin raus. Bye, bye. Euch einen schönen Tag.